Moin oder Gute Nacht. Wir sind jetzt in der zweiten Etappe des Vorbereitungsprozesses für das Event. Tatsächlich, meine Mama kommt und da sie Floristin ist, haben wir hier halt den Tisch vorbereitet. Also auf geht's. Wir gehen in asiatische Richtung, aber sehr dezent. Ruhige Farben, ganz einfach. Das alles auch stört uns nicht oder die Leute nicht bei Essen. Ganz einfach. Simple. Very, very simple. Das ist Lauf und wir kaufen heute Blumen ein. Das ist jetzt schon unser 14. Tisch, den wir zusammen machen. Und bis jetzt hat es immer richtig gut gepasst und somit macht es auch meinen Job einfacher. Aber wenn wir dann halt zum Event kommen und es nicht passen sollte oder es mir nicht gefällt, habe ich immer noch so ein bisschen Mitsprachrecht am Ende. Wir haben diesen Verlauf schon öfters gemacht. Somit sind wir mittlerweile jetzt nur noch bei einer Stunde. Früher waren wir schon noch zwei oder so. Let's go, let's do it. Einfach nur einpacken, losfahren, nochmal einen Kaffee. Jetzt bereiten wir alles vor. Das ist Kevin. Moin Moin. Wir kennen schon seit ungefähr jetzt fast einem Jahr. Er hat sich angeboten, beim Event nur zu helfen. So. Ausladen. Sushi live. Keine Tricks, keine Geheimnisse. Sushi live. Hast du gesehen, dass ich dir gut denke? Nein. Only for you. Oh mein Gott. Ich glaube nicht. Ich bin Hunger. Bis zum nächsten Mal. open. ц Clear. 2003 iren